Hey Leute, ich wünsche euch einen wundervollen Tag, schön, dass ihr auch die Woche wieder zu den Nachrichten dabei seid. Wir sprechen innenpolitisch heute vor allem mal wieder über die SPD und schauen aber auch außenpolitisch dann auf die zwei Tanke im Golf vom Oman, aber auch auf die Proteste zum Beispiel in Hongkong und am Schluss haben wir wie immer noch die gute Nachricht der Woche. Schauen wir zu Beginn erstmal auf die SPD. Die tut sich weiter sehr, sehr schwer. Einen neuen SPD-Parteivorsitzenden, eine Parteivorsitzende zu finden. Auch der Bundesminister für Arbeit und Soziales, Hubertus Heil, hat jetzt gesagt, er will den Job nicht machen. Auf der anderen Seite meinte er, er weiß, wer den Job machen möchte und wer es machen wird. Am 24. Juni wird sich der Parteivorsitz stellvertretend derzeit zusammensetzen und entscheiden, wann der nächste gewählt wird. Und anscheinend hat man da intern schon einen gewissen Plan, aber der ist bisher nicht nach außen gedrungen. Das heißt, es ist weiterhin nicht absehbar, wer hier der nächste SPD-Parteivorsitzende werden wird. Auf der anderen Seite versucht sich die SPD ja wieder ein bisschen zu profilieren, ein bisschen wieder abzugrenzen. Die Grünen sind ja derzeit in Umfragen das allererste Mal überhaupt stärkste Kraft. Dementsprechend möchte man sich von den Grünen noch ein bisschen absetzen, da die eben, wie Sie sagen, Politik nur noch auf ein Thema, nämlich auf den Umweltschutz, reduzieren. Und da sieht die SPD Parallelen der Grünen zur AfD. Die AfD reduziert praktisch jedes politische Thema nur auf die Migrationspolitik. Und so ist eben die Kritik der SPD derzeit an den Grünen, dass die Grünen genau das Gleiche mit der Umweltpolitik machen und auf vieles anderes gar keine Antwort haben. Weiterhin schauen wir dann kurz auf den 5G-Netzausbau. Wir hatten ja jetzt schon einige Male darüber gesprochen, dass da die Frequenzen gerade versteigert werden. Das ist nun abgeschlossen. Der Bund hat hier 6,5 Milliarden Euro eingenommen, etwa anderthalb Milliarden mehr, als man gedacht hat. Das heißt, die Frequenzen sind noch umkämpfter gewesen, als man ja bisher vermutet hatte. Und dieses Geld soll eben nicht einfach in den Top fließen, wo alles von mit bezahlt wird, sondern es ist ganz klar geregelt, 30 Prozent von diesem Geld soll an die Schulen in Deutschland fließen zur Digitalisierung. Und 70 Prozent sollen zurück in den Netzausbau fließen, denn wie ich schon erwähnt habe, das ist natürlich Geld, diese 6,5 Milliarden, die den Netzbetreibern fehlen, um das Netz auszubauen. Das heißt, wenn man die eben günstiger verkauft hätte oder versteigert hätte, hätten die Netzbetreiber mehr Geld. Der Ausbau würde schneller stattfinden. So möchte man das Ganze finanzieren, indem man eben dieses Geld zurück in den Netzausbau steckt. Außenpolitisch schauen wir gar nicht auf ein anderes Thema. Wir bleiben bei 5G, denn wir schauen auf Spanien. Dort startet jetzt das Netz. Das heißt, nicht die Frequenzversteigerung, sondern das Netz kann jetzt tatsächlich benutzt werden. Dort ist Spanien viel weiter als wir. Und das merkt man nicht bei WhatsApps, bei E-Mails, aber das merkt man bei Videostreamen, aber auch bei Videospielen zum Beispiel. In Skandinavien ist es bereits üblich, dass viele Haushalte gar keinen Internetanschluss mehr haben, sondern auch Videospiele etc. alles über Mobilfunk läuft. Das ist möglich, weil 5G eben eine tausendmal schnellere Datenübertragung bietet als nur die 4G-Netze. Und hier ist Skandinavien, aber auch Spanien, ja, uns einen ganzen Schritt voraus. Als nächstes schauen wir auf das geopolitisch wahrscheinlich wichtigste Thema diese Woche. Es gab zwei Tankerangriffe im Golf von Oman. Und hier sehen sowohl Großbritannien als auch die USA die Schuld beim Iran, der sich anscheinend irgendwie rächen will. Dafür, dass Donald Trump vor einem Jahr eben dieses Atomabkommen aufgekündigt hat mit dem Iran. Die Arabische Liga möchte sich nicht wirklich festlegen. Es gibt schließlich keine richtigen Beweise. Bisher, die UN fordert eine unabhängige Untersuchung. Insgesamt, die Eskalation wächst im Nahen Osten. Unser Außenminister Heiko Maas war vor Ort, warnt eben von einer militärischen Eskalation. Das kann eigentlich keiner wollen. Das will eigentlich auch niemand an dieser Stelle. Der Iran hat als einzigen Verbündeten Russland, zieht sich aber dem Irak, Israel, der Arabischen Liga und den USA gegenüber. Und dementsprechend herrscht ein mächtiges Spannungspotenzial. Wie gesagt, unser Außenminister war dort, hofft darauf, dass die europäische Handelsplattform Instax, die gegründet wurde, um diesen Atomdeal eben zu retten, damit der Iran mit Europa das handeln kann, was es jetzt eben nicht mehr mit den USA handeln kann, um das ein bisschen auszugleichen. Da hofft man, dass das jetzt wirklich anläuft, dass der Iran hier wieder ein bisschen in die Wirtschaft integriert werden kann. Weil ansonsten muss man sagen, sind die Positionen nun mal sehr, sehr verschieden. Und der Iran ist derzeit sehr isoliert, dadurch, dass die USA die Sanktionen da wieder haben. Und ja, das werden wir in den nächsten Wochen ganz, ganz kritisch beobachten müssen. Schauen wir weg vom Nahen Osten, hin nach Südamerika, nach Brasilien. Der dortige Präsident Bolsonaro als rechter Populist ist ja relativ umstritten. Er hat das Waffenrecht vereinfacht und indigene Völker eingeschränkt. Jetzt möchte er eine Reform der Rente durchbringen. Bisher war es so, dass man in Brasilien nach 30 bis 35 Beitragsjahren in Rente gehen konnte. Also mit 50 bis 55 Jahren im Vergleich. In Deutschland geht man im Schnitt mit 63 in Rente. Da sieht man schon einen deutlichen Unterschied. Damit ist natürlich die Wirtschaftsleistung auch geringer. Dem möchte er entgegenwirken. Damit Brasilien nicht in die Rezession rutscht, wird das Renteneintrittsalter erhöht. Dagegen gibt es jetzt Proteste. 10.000 sind auf die Straße gegangen. Bolsonaro ist ja grundsätzlich schon umstritten. Und diese Sozialpolitik so zurückzunehmen, das hat sich bisher vorher eigentlich fast noch niemand getraut. Auch das müssen wir in den nächsten Wochen beobachten. Ob Bolsonaro sich da durchsetzt oder ob eben weiter noch mehr Menschen auf die Straße gehen werden. Wo jedoch die Proteste was bewirkt haben, das war jetzt in Hongkong der Fall. Ein kurzer Exkurs. Hongkong war britische Kolonie bis 1997 und ist dann an China zurückgegeben worden. Besitzt aber eine gewisse Halbautonomie. Also die Menschen dort besitzen mehr Rechte. Für 50 Jahre lang ist ihnen das zugesichert worden. Meinungsfreiheit, Pressefreiheit etc. Nur die Regierung wird auch von China gestellt. Und diese Regierung wollte jetzt ein Gesetz durchbringen, wonach schwere Straftäter aus Hongkong eben in einen nicht so ganz Rechtsstaat China ausgeliefert werden können. Dagegen sind die Menschen auf die Straße gegangen. Nicht zu Zehntausenden, sondern zu Hunderttausenden. Das öffentliche Leben stand tatsächlich einfach still. Es ist nicht wirklich mehr was passiert außer diesen Protesten. Und dieser Druck der Massen hat die Regierung dazu bewegt, das Gesetz zu pausieren. Es wird weiter gestreikt, damit eben das Gesetz auch komplett zurückgenommen wird. Die Menschen wollen ihre Autonomie hier behalten. Und man sieht, dass auch in so einem autokratischen System wie in China, beziehungsweise jetzt hier in der Enklave Hongkong, der Druck der Massen tatsächlich ausreicht, um die Regierung dazu zu bewegen, Gesetze zurückzunehmen. Ja und zum Schluss schauen wir noch kurz auf Internationales. Da sehen wir nämlich, dass die BWF eine neue Studie herausgebracht hat, die sich mit Mikroplastik beschäftigt. Mikroplastik ist mittlerweile in fast jedem Essen sehr, sehr viel schwimmt im Meer rum. Das heißt, in Fisch ist besonders viel Mikroplastik, was man auch nicht rausgefiltert bekommt. Und laut der neuen Studie nimmt jeder Mensch, vor allem in Industriestaaten, bis zu 5 Gramm Mikroplastik in der Woche zu sich. Zum Vergleich, 5 Gramm Mikroplastik ist eine Kreditkarte. Das heißt, wenn man vor allem viel Fisch isst, dann bedeutet das, dass man viel Mikroplastik zu sich nimmt. Die gesundheitlichen Auswirkungen davon sind noch nicht bekannt. Man weiß nicht, ob der Körper sich einfach nicht damit beschäftigt, ob das zu Entzündungen führt. Das ist leider noch nicht bekannt. Da gibt es aber viele Studien, die derzeit laufen. Aber es ist klar, das kann eigentlich nicht wirklich gut sein. Und dementsprechend fordert vor allem jetzt hier der BWF auch ein internationales Abkommen darüber, dass Plastik eben nicht weiter die Meere verschmutzen darf und vor allem auch nicht die komplette Umwelt. Und ganz zum Schluss schauen wir immer noch auf die gute Nachricht der Woche. Auch die ist wieder ein bisschen zwiegespalten. Aber overall ist der Global Peace Index auf der Welt gestiegen. Das heißt, die Welt ist ein wenig friedlicher geworden im Vergleich zu 2013. Das finde ich alleine schon mal auf jeden Fall eine gute Nachricht der Woche wert. Man muss es natürlich noch ein bisschen differenzierter betrachten. Wir sehen, dass in Syrien der Krieg eben langsam vorbei ist. Viele Menschen sind geflohen, viele sind gestorben. Afghanistan ist wieder gewalttätigstes Land wie schon vor Syrien. Einfach weil dort sehr, sehr viele Menschen weiterhin sterben. Die Taliban sind ein wenig wieder auf dem Vormarsch. Das geht ja immer hin und her. Europa ist und bleibt hier friedlichstes Land. Und gerade darauf möchte ich eigentlich auch ein bisschen hinaus. Das ist das, was ja oft so oder was so oft benannt wird. Dass vor allem die Implementierung der EU auch dafür gesorgt hat, dass in Europa zum ersten Mal für lange, lange Zeit Frieden einkehrt. Wie eben in den Jahrhunderten davor nicht. Und vor allem im Hinblick hier auf Europa, aber eben auch die gesamte Welt ein bisschen friedlicher geworden. Das finde ich definitiv eine gute Nachricht der Woche hier wert. Ja, und das war es dann auch schon wieder von mir, von den Nachrichten von dieser Woche. Freut mich, dass ihr dabei gewesen seid. Mir hat es Spaß gemacht. Fragen, Anregungen, Kommentare wie immer. Alles gerne in die Comments. Und dann sehen wir uns doch hoffentlich nächste Woche zu den nächsten Nachrichten wieder.